Servus, grüßt euch und hallo zur Wochenwettershow für das Tiroler Patznaun. Diese Woche geht's rauf mit den Temperaturen, es wird richtig frühlingshaft. Wer jedoch vom Ski und Snowboarden nicht genug bekommen kann, der ist im Tiroler Patznaun genau richtig, denn hier liegt auf den Pisten noch ordentlich Schnee und das zeigt auch unsere Livecam auf der It-Alp. In den vergangenen Tagen hat es sogar noch mal eine Ladung Neuschnee gegeben und den können wir jetzt bei schönstem Sonnenschein genießen. Am Mittwoch scheint die Sonne nämlich meistens sogar ungestört, es ziehen so gut wie keine Wolken durch und nach einer frostigen Nacht erwärmt sich die Luft auf 6 bis 11 Grad. Am Donnerstag geht es mit schönstem, meist sogar strahlendem Sonnenschein weiter, es tauchen höchstens ein paar harmlose kleine Quellwolken auf. Mit den Temperaturen geht es nun verbreitet in den zweistelligen Bereich, nachmittags liegen sie zwischen 12 Grad in Galtür und sogar 16 Grad in See. In diesen Tagen, noch bis zum Sonntag, den 12. April, werden sie viele junge und talentierte Snowboarder rund um Ischgl treffen. Es findet nämlich das große Finale der Völkel World Rookie Tour statt. Diese Tour ging um die ganze Welt, es gab Stops in Asien, Südamerika, Nordamerika und am Samstag, den 11. April, wird nun in Ischgl der World Rookie Champion gekürt. Im Ischgl Snowboard Park können sie die zukünftige Snowboard-Elite beim Slopestyle bewundern. Zurück zum Wetter. Der Freitag wird voraussichtlich der wärmste Tag der Woche. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 17 Grad und das Wetter dazu bleibt unverändert. Sonne, Sonne und nochmal Sonne. Am Wochenende wird es nicht mehr ganz so sonnig. Von Samstag bis Montag ziehen dichtere Wolken auf und einzelne Schauer können dann nicht mehr ganz ausgeschlossen werden. Es gibt quasi so eine Art Aprilwetter mit Sonne, Wolken und kurzen Schauern. Also zwischendurch bleibt es auch mal längere Zeit trocken mit Sonnenschein. Die Temperaturen gehen dabei wieder ein wenig zurück. Im Großen und Ganzen bleibt es aber frühlingshaft und selbst in 2000 Meter Höhe bleiben wir tagsüber im Plusbereich. Kommen wir nochmal zurück zum Samstag, den 11. April. Da wird es musikalisch. Die Castingshow Deutschland sucht den Superstar geht nämlich mit den besten 10 auf große Tour und der Auftakt findet natürlich in Ischgl statt. Mit dabei ist natürlich auch die prominente Jury rund um Dieter Bohlen und vielleicht treffen sie die Stars ja auch mal auf den Straßen der Lifestyle-Metropole. Und exklusiv für DSDS wird zudem noch der Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier eingeflogen. Ab 13 Uhr geht es los mit dem Musikfeuerwerk. Das heißt, davor können wir nochmal eine Runde Sonnenski laufen, danach wird auf der It-Alp gefeiert. Und das Beste daran, der Eintritt zum Open-Air-Konzert ist mit gültigem Skipass frei. Da wünsche ich schon mal viel Spaß und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Genießen Sie die Sonne und das schöne Wetter hier rund um Ischgl im Tiroler Patznaun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017